So meine Freunde, herzlich willkommen zum nächsten Let's Date. Ja, wir laufen jetzt mal. Ich kann den Außenposten ca. 4,8 Minuten schneller erreichen als ein menschlicher Pilot. Außerdem habe ich Kampferfahrung mit Shuttles und es ist wahrscheinlich, dass die Sona im Briar Patch patrouillieren. In Ordnung, Data. Nehmen Sie das Shuttle. Fenrich, Sovok und ich bleiben hier und suchen den Samen. Ja, Captain. Fenrich, wir teilen uns auf. Ich übernehme die oberen Ebenen, während Sie unten in der Kolonie suchen. Es werden zahlreiche getarnte Sona dort sein. Modifizieren Sie Ihren Trikorder, sodass er Tachyon-Impulse ausstößt. Ei, Sir. Um die Kolonisten zu retten, müssen wir die Tarnvorrichtung der Sona neutralisieren. Es muss eine Energiequelle für die Tarnanzüge geben, einen in der Kolonie versteckten Holoturm. Finden Sie ihn und schalten Sie ihn aus. Unterrichten Sie mich, wenn Sie etwas über den Verbleib des Samens erfahren. Ja, Captain. So, da sind wir zurück bei meinem Let's Play. Wir spielen Star Trek der Aufstand. Ja, ich habe in den letzten Tagen nicht so viel aufnehmen können. Ich denke mal, ihr wisst es oder habt es auch mitbekommen. Wir haben sehr geiles Wetter in Deutschland. Und da habe ich natürlich die Zeit draußen verbracht. So, nichtsdestotrotz. Ich will auch vorankommen. Deswegen spiele ich jetzt hier mal ein bisschen weiter. Ah, da geht es schon los. Ah, sehr gut getroffen. Einmal, zweimal, oh, dreimal sogar. So, was ist das? Eine Zugangskarte. Sehr gut. Jetzt wollen wir wieder zurück. Ah, und ich vermute es. Ja, ich dachte es mir schon. Oh, da werde ich jetzt auch attackiert. Oh, da ist eine Waffe. So, das speichern wir jetzt erstmal, bevor ich da wieder kaputt gehe. So, das haben wir. Ja, Leute. Ähm. Was gibt's Neues? Nicht viel. Der Feiertag ist rum. Der Brückentag ist auch rum. Oh, nee. Das ist zu langsam. Ich persönlich bin zu Hause geblieben. Ich war jetzt auch vergangene Woche auch krank. Ah, die Gemandelentzündung. Nicht sehr lustig. Äh, ich muss mich ja gerade ein wenig konzentrieren. So, du bist da drüben. Dann gehst du da hin. Oh, nein. Verdammt. Ah, Leute. Unglaublich. Unglaublich. So. Das war zu weit. Oh, nein. Glaub ich jetzt nicht. Nein, das war das Verkehrte. Ja, klar. So, ihr Lieben. Hallo, da bin ich wieder. Ich hab gerade eben mal ein bisschen geschnitten. Weil das hier alles doch ein wenig langwierig ist. Jetzt müssten wir hier durchkommen. Ja. So sieht's aus, Leute. Jetzt werde ich hier direkt mal weiterspeichern. Das können wir überschreiben. Jawohl. So. Dann können wir jetzt weitermachen. Das war mir eben ein wenig... Oh, Moment. Da war einer. Da ist einer. Ein wenig zu langwierig, weil jedes Mal bin ich wieder da... Oh, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Nein, jetzt da. Jedes Mal bin ich da wieder hängen geblieben. Und das wäre zu langweilig für euch gewesen. Deswegen da den Cut. Deswegen da den Cut. Dass es nicht allzu lange gedauert hat. Das war auch klar. Ich mach die auch nieder, auch wenn ich sie nicht sehe. Ist klar. So, jetzt kommen hier, genau, kommen die hier, die mich hier abschließen wollen. So, jetzt muss ich hier vorne links rein. Denn die Leute wären ja hier gefangen gehalten. Ach, so sieht's aus. Haha. Das war einfach. So, Moment, jetzt... Moment, wo muss ich jetzt lang? Muss ich jetzt... Hier, da ist noch einer. Äh, jetzt läuft er da hinten rum? Ist ja krass. Kommt der wieder? Ah, der Drecksack, der kommt wieder. Und schießt mich. Ab hier. Geht ja wohl mal gar nicht. So, hier. Keine Geheimnisse. So, dann muss ich, glaube ich, hier den... Hä? Aber hier war doch irgendwo. Äh, Moment. Hör doch mal auf zu rennen hier. Aha, na, wo ist es doch? Wollte sagen, irgendwo war hier... Ein... Turbolift. Obergeschoss. Wo bin ich denn jetzt hier? Ich bin ja jetzt im... Untergeschoss? Nee. Ach nee, ich bin im Erdgeschoss. Zugang verweigert. Was? Ich hab doch da diese Edens-Dings da. Fahr' mal mal da hin. Ah, ganz toll. Ah! Drecksack. Komm her, komm her, komm her! Ah, Drecksack. So, jetzt aber. So, jetzt muss ich die... Keine Drohne vorhanden. Was? Drohnenprogrammierungsstation. Ja, super. Warum hab ich hier keine Drohne? Das ist jetzt ein Scheiß. Weil ich muss nachher die, ähm... Drohnen umprogrammieren. Und zwar, wo wir gerade eben waren. Wo, äh... Diese ganz vielen Drohnen waren. Wieso hab ich denn jetzt hier so eine komische Grafik? Was sieht da jetzt was? Hallo? Hier... Hier raus. Hallo? Aha. Wo diese vielen Drohnen waren. Da müssen wir nämlich die Drohnen so umprogrammieren, dass die, ähm... sich selber sozusagen angreifen. Und, äh... Dann... kommen wir da auch weiter. So, aber ich brauch jetzt... noch ein weiteres... Jetzt, wo wir mit den Sonar fertig sind, die uns nicht folgen wollten, kümmern wir uns um den Rest des Planeten. Zurück an Käpt'n PK. Wie sieht's aus, Heinrich? Ich habe einen Trupp getarnter Sonarkämpfer am Marktplatz ausgemacht. Bitte um Instruktionen. Sovok, das hört sich gefährlich an. Ziehen Sie sich sofort zurück. Wir müssen erst Ihre Tarnung ausschalten, bevor wir gegen Sie vorgehen. Ich konnte mehrere Baku und Sona befreien, den zufolge der Rest der Gefangenen in einem getarnten Bunker festgehalten wird. Also finden Sie den Holo-Emitter und zerstören Sie ihn schnellstens. Ja, Käpt'n. Fenrich Sovok, Ende. Oh, jetzt bleibt er da stehen, der Idiot. Ey, schnell weg da. Oh! So, das war gerade eben... Ah, da ist mein Zugangscode. Schlüssel zum Unterbeschuss. Na, genau da will ich hin. So, das ist, was ich eben angesprochen habe, und zwar diesen Holo-Emitter. Der ist da hinten verborgen und da müssen wir jetzt hoffentlich, schaffen wir das jetzt, die Drohnen umprogrammieren, dass die das angreifen. So, war jetzt hier einer. Na, hier... Oh, hier war Gott sei Dank keiner. So, oh, Moment, jetzt müssen wir uns das aufschreiben, ja. Drei... Kann man hier irgendwas eingeben? Natürlich nicht! Jetzt brauche ich was zu schreiben. So ein... Ah, hier mal ein Handy. Das ist doch... Drei... Zwo... Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt hier einen Cut. Ich schneide das wieder ein bisschen zusammen. Und dann sehen wir uns im nächsten Let's Play. Bis dahin, euer NRW18. Adieu! Und dann sehen wir uns im nächsten Let's Play.